Betriebsrat blockiert Überstunden von Führungskräften. WAF Betriebsrat heute. Aktuelle Urteile, spannende Fälle und neue Kommentare. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge von Betriebsrat heute. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Franziska Ortado. Ich bin Rechtsanwältin in München und Fachreferentin für die WAF. Und heute endlich mal wieder an meiner Seite meine bezaubernde Kollegin Sandra Becker. Hallo Sandra. Ja, hallo Franziska. Vielen Dank für diese nette Einleitung. Und hallo auch liebe Betriebsratskollegen. Ich bin auch Fachreferentin bei der WAF. Ja, und wir wollen heute mal über das spannende Thema Arbeitszeit sprechen. Das ist wirklich ja immer in der Diskussion, vor allem auch unseren Seminaren bekommen wir das mit, dass das immer wieder ein heißes Thema ist, immer viel Zeit für Fragen zum Thema Arbeitszeit drauf geht. Deswegen hast du uns eine wunderbare Entscheidung mitgebracht zum Thema Arbeitszeit. Und vor allen Dingen zum Thema, wie blockiert der Betriebsräte denn Überstunden oder auch überhöhte Arbeitszeiten? Das wollen wir heute alles besprechen. Ja, und die Besonderheit in dem Fall, den ich mitgebracht habe, ist, dass es ja auch um Führungskräfte geht. Und das werden wir, Franziska, jetzt gleich mal näher beleuchten, wie es denn dazu kommt. Aber vorneweg mal zum Sachverhalt an sich. Es geht um eine Entscheidung des LAG Köln vom 2. Februar 2018, wo der Betriebsrat beantragt hat, dass der Arbeitgeber es unterlassen muss, Führungskräfte länger zu arbeiten, länger arbeiten zu lassen. Hintergrund ist der, dass eine Betriebsvereinbarung abgeschlossen wurde, in der steht, dass die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit für Filialleiter und Abteilungsleiter ausschließlich der Pausen 37,5 Stunden beträgt und auf höchstens 5 Arbeitstage pro Woche verteilt werden soll. Dann gab es noch einen Zeitrahmen, also so einen Gleitzeitrahmen, innerhalb dessen dann die Führungskräfte selbst bestimmen konnten, wann sie arbeiten. Aber die BV hat klar gesagt, 37,5 Stunden auf 5 Tage verteilt. In der Praxis ist es dann anders gelaufen. Ja, die Führungskräfte, die waren da einfach total engagiert, dachten sich halt, okay, wie es so oft ist, wenn man die Karriereleiter erklimmen möchte, dann arbeitet man mehr, als von einem verlangt wird. So war es auch hier. Und dem Betriebsrat hat das nicht geschmeckt. Der wollte das unterbinden, weil der hat sich gedacht, hallo, wir haben doch eine Betriebsvereinbarung zu dem Thema und die sollte eingehalten werden. Jetzt ist halt nur die Frage, wenn wir von dem Thema Führungskräfte sprechen, wir wissen ja im Hinterkopf, dass der Betriebsrat für leitende Angestellte gar nicht zuständig ist. Und da ja auch nur das Recht hat nach 105 Betriebsverfassungsgesetz, dass der bei personellen Änderungen zum Beispiel informiert werden muss, wenn es um leitende Angestellte geht. Aber ansonsten darf ja der Betriebsrat an sich jetzt keine Betriebsvereinbarung für leitende Angestellte abschließen. Oder wie siehst du das, Franziska? Genau, eine gute Frage. Und solche Themen werden natürlich auch, und vor allen Dingen Themen zum Arbeitszeit, wie wir das jetzt gerade klären, bei uns auf den Webinaren und Seminaren besprochen. Und da finden Sie die entsprechenden Programme, Themengebiete und so weiter unter www.waf-seminar.de. Und da ist natürlich für Sie auch das Passende. Vor allen Dingen würde ich hier zu dem Thema das Webinar zum Thema Arbeitsrecht Teil 1, Betriebsverfassungsrecht Teil 1 empfehlen. Bevor wir jetzt hier zur Lösung kommen, noch diese kleine Anmerkung. Die Lösung kann natürlich jetzt nur grob sein. Genau. Wenn Sie da detailliertere News und Handwerkszeug an die Hand bekommen wollen, dann schauen Sie doch gerne da auf unserer Seite vorbei. Aber genau, also eigentlich sind, wir kommen zurück zu unseren leitenden Angestellten, zumindest so sagt es das Betriebsverfassungsgesetz, Paragraf 5, leitende Angestellte sind keine Arbeitnehmer im Sinne des Betriebsverfassungsgesetzes. Dementsprechend können natürlich Betriebsräte auch normalerweise keine Betriebsvereinbarungen abschließen, die dann die leitenden Angestellten auch umfassen sollen. Die auch, man nennt es den Geltungsbereich, die auch für leitende Angestellte gelten sollen. Also leitende Angestellte, die passen eigentlich nicht so richtig unter dem Begriff BV, weil sie einfach keine Arbeitnehmer sind. Und das haben wir uns gleich gefragt, als wir die Entscheidung gelesen haben. Komisch, da wird von Führungskräften gesprochen, die unter eine BV fallen sollen. Dann werden diese Führungskräfte wahrscheinlich keine leitenden Angestellten sein. Genau, das war unsere Schlussfolgerung. Also das Gericht hat ja eindeutig und vor allen Dingen das Gericht hat gar nicht daran gezweifelt, dass diese, ich schaue gerade noch mal, was waren das, Filialleiter, Abteilungsleiter und Segunda, das war so eine spezielle Bezeichnung für die entsprechenden Führungskräfte da. Genau, im Einzelhandel ist das. Genau, da hat das Gericht keinen Zweifel gelassen. Die fallen auf jeden Fall unter die BV. Genau, dementsprechend muss das klar gewesen sein von vornherein, dass das keine leitenden Angestellte sind. Nur kurz zur Erklärung, genau, sollten wir vielleicht dazu sagen, nach § 5 Absatz 3 Betriebsverfassungsgesetz sind leitende Angestellte definiert als Leute, die selbstständig Personal ein- und ausstellen können, wesentliche Entscheidungen treffen können für den Fortbestand und die Entwicklung des Unternehmens. Und was habe ich vergessen? Die Prokura haben auch oft, also wirklich da auch die Vollmachten haben, um wirklich Entscheidungen fürs Unternehmen zu treffen, die das Unternehmen dann in der Entwicklung auch entscheidend beeinflussen. Und beim Filialleiter, naja, da könnte es natürlich schon sein, dass der Personal selbstständig ein- und ausstellen kann. Ja, da müsste man natürlich im Einzelfall hinschauen. Aber wenn es jetzt in dem Fall so war, dass es kein Leitender war, dann gehen wir mal davon aus, dass der Filialleiter da wahrscheinlich dann nur dafür zuständig ist, die Arbeitszeiten, also die Dienstpläne zu schreiben und die arbeitsinhaltlichen Anweisungen zu geben, aber eben nicht diese Kompetenz hat, Personalentscheidungen alleine zu treffen. Zumindest nicht alleine. Es kann natürlich auch sein, dass der Vorschläge macht, dass der vielleicht die Vorstellungsgespräche auch führt und dann aber sich das Ganze nochmal von oben absegnen lassen muss. Es ist halt immer ein bisschen verführerisch, wenn man hier halt so liest, Abteilungsleiter, Filialleiter, so diese Begrifflichkeiten. Klar, das sind Führungskräfte. Genau, da hat man immer gleich das Gefühl, das muss ein leitender Angestellter sein. Aber wir haben ja auch durch die Betriebsratswahlen, die wir betreut haben bei der WF jetzt mittlerweile gelernt, die wenigsten Arbeitnehmer im Betrieb, die als Leiter von irgendwelchen Abteilungen bezeichnet werden, sind tatsächlich leitende Angestellte. Das sind ganz, ganz wenige. Deshalb hier, also auf jeden Fall, in dem Fall waren das jetzt die Filialleiter, Abteilungsleiter und so weiter, waren normale Arbeitnehmer, die entsprechend dann auch unter die BV fielen. Wir können unseren Betriebsratskollegen eigentlich mitgeben, dass die leitenden Angestellten wirklich so eng zu sehen sind, dass es wohl eher die Ausnahme sein wird, dass ein Abteilungsleiter leitender Angestellter sein wird. Es sei denn, wir sind wirklich im Großkonzern unterwegs, dann ist es vielleicht was anderes. Aber so weiß der Betriebsrat dann, was ist der Personenkreis, der von ihm zu vertreten ist, wenn er diese Unterscheidung kennt und hat hier eine Betriebsvereinbarung abgeschlossen. Und dann, liebe Betriebsratskollegen, dann ist es natürlich auch Aufgabe des Betriebsrats, dafür zu sorgen, dass der Arbeitgeber sich an diese Betriebsvereinbarung auch hält. Denn sonst ist es ja alles wertlos. Also dann nimmt man Betriebsräte auch nicht ernst. Beim Thema Arbeitszeit ist das natürlich ultraschwierig. Und immer wieder eine Diskussion, ich weiß nicht, du bekommst es wahrscheinlich auch mit in den Seminaren, Thema Arbeitszeit, natürlich Thema, dass der Betriebsrat dahinter ist, aber auch der Arbeitgeber, auch klar, das nochmal rauszustellen, der Arbeitgeber hat hier einen Vertrag unterschrieben mit der Betriebsvereinbarung. Das ist ein Vertrag, auch der Arbeitgeber hat sich dran zu halten, dass das eingehalten wird, was in der BV dran steht. Und aber auch ein bisschen Verantwortungsbewusstsein von den einzelnen Arbeitnehmern. Also ich höre das auch gerade oft in der Praxis, dass es Arbeitnehmer gibt, die sich dann einfach ausstempeln und trotzdem weiterarbeiten und so weiter. Das ist natürlich auch so eine Sache. Also man muss natürlich da auch selbst ein bisschen mitarbeiten, wenn man möchte, dass die BV eingehalten wird. Ja, das ist auch das Interessante an der Fallkonstellation, weil die Arbeitnehmer selbst, die wollen ja eigentlich aus persönlichen Gründen mehr arbeiten. Und der Betriebsrat hat jetzt die Macht, das zu unterbinden. Das ist ja schon eigentlich paradox, weil der Betriebsrat ja sonst dafür da ist, dafür zu sorgen, dass es den Kollegen allen gut geht. Aber tatsächlich merkt man, dass der Betriebsrat dann doch halt nicht einzelner Rechtsanwalt, also nicht Rechtsanwalt der einzelnen Kollegen ist, sondern er sich immer um das Gesamt- und Gemeinwohl des Betriebs kümmert. Und das Gesamtwohl oder Gemeinwohl im Betrieb ist halt, wenn sich an die Arbeitszeiten gehalten wird nach dem Arbeitszeitgesetz und nach Betriebsvereinbarungen eben auch. Und letztendlich dient das ja auch dem Arbeitgeber, denn warum gibt es Arbeitszeitregelungen? Naja, letztendlich aus Gründen des Gesundheitsschutzes, der ja auch dafür sorgt, dass der Arbeitnehmer eben nicht krank wird, was ja am Ende auch dem Arbeitgeber wieder dient. Also das ist ein spannender Fall. Und der Betriebsrat hat aber vollkommen richtig gehandelt, das dann auch wirklich auf dem gerichtlichen Wege durchzusetzen. Und vielleicht gehen wir da nochmal ein bisschen rein, wir müssen ja nochmal so die rechtlichen Grundlagen überhaupt klären. Ja. Also der Betriebsrat hat hier einen Unterlassungsanspruch geltend gemacht gegen den Arbeitgeber. Das heißt, er ist zum Arbeitsgericht gegangen und hat gesagt, liebes Arbeitsgericht, bitte verurteile meinen Arbeitgeber dazu, dass er das unterlässt. Und zwar, dass er unterlässt, konstant gegen die Betriebsvereinbarung zu verstoßen mit seinen Handlungen, in dem er wieder immer wieder, ich weiß nicht, wie es jetzt war, ob er die Überstunden angeordnet hat oder ob er zumindest aufgefordert hat oder die gebilligt hat. Das reicht. Er hat geduldet, dass die Führungskräfte dagegen verstoßen. Konstant Überstunden machen. Ja. Und diesen Unterlassungsanspruch, diesen Antrag auf Verurteilung, dass der Arbeitgeber das unterlässt, hat der Betriebsrat jetzt gestellt. Und da müssen wir natürlich nochmal ein bisschen genauer hinschauen, woher kommt es, dass der Betriebsrat diese Möglichkeit hat, überhaupt so einen Unterlassungsanspruch gegen den Arbeitgeber vor Gericht geltend zu machen. Genau. Wir sind ja im Beschlussverfahren. Du hast jetzt gesagt verurteilt, weil es einfacher ist zu erklären. Weil es ein bisschen anschaulicher ist. Genau. Aber wir sind natürlich bei den Betriebsräten im Beschlussverfahren. Das heißt, die stellen Antrag beim Arbeitsgericht. In dem Fall war es nach § 23 Absatz 3 Betriebsverfassungsgesetz. Und letztendlich konnten sie beantragen, ganz konkret, dem Arbeitgeber aufzugeben, dass er sich an die Betriebsvereinbarung hält, indem er eben nicht zulässt, dass die Führungskräfte gegen die Betriebsvereinbarung verstoßen, zum einen. Und zum zweiten Punkt ist, dass, wenn Verstöße geplant sind, also wenn Einzelne mal länger arbeiten möchten oder aus betrieblichen Gründen es notwendig ist, dass der Arbeitgeber dann immer noch die Zustimmung des Betriebsrats einholt. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, den Betriebsräte bestimmt oft vergessen, wenn es eine Betriebsvereinbarung in einem Bereich der echten Mitbestimmung gibt, dann heißt es ja nicht, dass damit das Thema vollumfänglich geklärt ist. Sondern alles, was quasi noch nicht in der Betriebsvereinbarung steht, ist ja trotzdem noch mitbestimmungspflichtig. Also wir fallen ja aus dem Paragrafen 87, 1 Nummer 3 ist es dann in dem Fall, ja nicht raus, sondern alles, was jetzt noch nicht in der Betriebsvereinbarung geregelt ist, ist ja noch immer Gegenstand der echten Mitbestimmung. Und der Betriebsrat muss immer in all diesen Belangen wieder beteiligt werden. Genau, aber dieser Anspruch, dieser Unterlassungsanspruch, der ergibt sich erstmal aus dem 23 Absatz 3. Da steht nämlich drin, dass der Arbeitgeber dazu verurteilt werden kann, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen verurteilt werden kann, diese Verstöße gegen die Betriebsvereinbarung zu unterlassen, weil das Verstöße gegen seine Pflichten aus dem Betriebsverfassungsgesetz sind, so sagt es der 23 Absatz 3. Dagegen kann der Betriebsrat nach 23 Absatz 3 vorgehen. Und diese Verstöße gegen das Betriebsverfassungsgesetz, das waren halt die Verstöße aus dem 87 Nummer 3 Betriebsverfassungsgesetz und natürlich inkludent dazu, dass er halt gegen die Betriebsvereinbarung verstoßen hat. Das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig, dass man das auch nochmal sich so ein bisschen vor Augen führt, dass immer wenn der Arbeitgeber gegen den 87 verstößt und vor allen Dingen natürlich auch gegen die Betriebsvereinbarung verstößt, dann verstößt er gegen Verpflichtungen aus dem Betriebsverfassungsgesetz und dann ist man, sobald es grobe Verstöße sind, das heißt, es muss wirklich wiederholt vorkommen, das muss massiv sein, ist man im 23 Absatz 3 und kann da als Betriebsrat auch auf Unterlassen klagen. Also nur nochmal, dass man so ein bisschen diese Normenkette halt sieht für die Betriebsräte, damit sie auch sehen, was so die Handlungsmöglichkeiten ist. Das ist nämlich, finde ich, immer ganz schwierig als Betriebsrat. Man steht dann halt erstmal immer da, man hat eine Betriebsvereinbarung. Und die Betriebsvereinbarung, die wir haben, ist echt schön. Also 37,5 Stunden pro Woche ist super. Die hätten wir auch gerne, oder? Die ist doch nicht schlecht. Genau, aber was macht man dann, wenn jetzt hier, wie in dem Fall, der Arbeitgeber wirklich wiederholt konstant immer sich nicht dran hält, dass man dann halt den 23 Implikat, genau. Und genau, also Überstunden, ganz klar, fallen natürlich unter den 87. Nummer 3, glaube ich, meint es zu. Und ansonsten sind wir auch im Aufgabenkatalog nach § 80 Betriebsverfassungsgesetz, wo ja sowieso drin steht, dass der Betriebsrat die Einhaltung von sämtlichen Gesetzen, Tarifverträgen und allen anderen Regelungen eh zu überwachen hat. Und Gesundheitsschutz ist auch ein Dauerthema des Betriebsrats. Also da sind wir einfach absolut in der Mitbestimmung drin. Das hat der Betriebsrat hier vollkommen zu Recht erkannt und hat es auch durchgesetzt. Und es war letztendlich eigentlich auch ganz spannend, weil die ja in erster Instanz der Betriebsrat verloren hat. Und es wurde sich auch noch gestritten, dass es noch einen Manteltarifvertrag gibt, der gesagt hat, 75 Stunden Arbeit ist möglich in einer Doppelwoche. Und dann sind wir ja in der Normenpyramide, Gegenstand von Arbeitsrecht Teil 1, was unsere Betriebsräte ja auch dringend wissen müssen, wann gilt was. Wir haben ja im Arbeitsrecht so viele kollidierende Normen und Vereinbarungen. Und dann ist ja immer die Frage, ja, was gilt denn jetzt? Jetzt haben wir einen Arbeitsvertrag, der Arbeitszeit regelt, eine Betriebsvereinbarung, die Arbeitszeit regelt und auch noch einen Manteltarifvertrag, der Arbeitszeit regelt und das Arbeitszeitgesetz, das Arbeitszeit regelt. Und wie hat man denn da jetzt den Durchblick? Franzi, vielleicht erklärst du das nochmal kurz. Naja, grundsätzlich gibt es ja da das Rangprinzip. Das heißt, die höherrangige Norm gilt, das wäre jetzt hier im Verhältnis Betriebsvereinbarung, Tarifvertrag, erstmal der Tarifvertrag. Genau. Ich meine aber, dass es hier in der Entscheidung auch so war, dass sie einfach gesagt haben, ja, also die Betriebsvereinbarung regelt das Ganze nur nochmal spezieller. Beziehungsweise, es war tatsächlich so, mal wieder die Ausnahme von der Ausnahme, der Tarifvertrag hatte eine Öffnungsklausel, die zugelassen hat, dass man durch die Betriebsvereinbarung abweichende Regelungen trifft. Ich meine, ansonsten hätte man ja noch schauen können, mit dem Günstigkeitsprinzip, das besagt auch eine rangniedrigere Norm, gilt ausnahmsweise gegenüber der Ranghöheren, wenn sie für den Arbeitnehmer günstiger ist. Da hätte man sich dann natürlich jetzt drüber streiten können, was ist denn günstiger für den Arbeitnehmer? Ja, und vor allem, ich habe ja hier immer noch den Tarifvorbehalt. Das ist halt auch immer so ein bisschen schwierig. Ich muss da gucken, gerade in 87 bin ich natürlich im Tarifvorbehalt drin. Das heißt, der 87 sagt klar, bestimmte Bereiche sind für Tarifverträge reserviert sozusagen, das sage ich immer so, damit es ein bisschen anschaulicher wird. Und wenn da bestimmte Bereiche einfach durch, oder bestimmte Sachverhalte, Themen durch Tarifvertrag geregelt sind, dann kann ich die nicht durch Betriebsvereinbarung noch regeln. Da muss man ein bisschen aufpassen. Aber das gilt auch nur tatsächlich, wenn es wirklich den gleichen Regelungsgehalt betrifft. Also wenn die Betriebsvereinbarung das einfach nur noch mal ein bisschen ausführlicher macht und sich ansonsten an den Tarifvertrag hält und das nur noch mal ein bisschen spezieller macht, dann kann es auch eine Betriebsvereinbarung regeln. Und es muss auch tatsächlich eine tarifliche Regelung gelten. Also es reicht nicht, wenn da üblicherweise in dem Bereich Regelungen bestehen. Aber das ist jetzt vielleicht auch alles ein bisschen zu tief für unsere Betriebsräte. Aber, liebe Betriebsratskollegen, Sie sehen, wie spannend es sein kann, wie einfach man von Betriebsvereinbarungen auch in das Arbeitsrecht rutscht. Und deshalb haben Sie ja Gott sei Dank auch im Arbeitsrecht und nicht nur im Betriebsverfassungsrecht einen Schulungsanspruch. Denn es gilt tatsächlich einiges zu beachten. Aber auf der anderen Seite macht das die Materie ja auch wahnsinnig spannend. Und im vorliegenden Fall hat der Betriebsrat, denke ich, ein gutes Statement gesetzt. Genau. Da wird sich von seinem Arbeitgeber so schnell nichts mehr sagen lassen. Und vor allem der Arbeitgeber wird ihm wahrscheinlich auch nicht mehr in seine Bestimmungsrechte da reinquatschen beziehungsweise ihn nicht mehr wagen, nichts zu beteiligen. Ja, weil das Schöne ist ja in dem Beschluss, wenn dann quasi der Antrag erfolgreich war und der Arbeitgeber dazu verpflichtet wird, die geforderte Handlung zu unterlassen, dann wird nämlich auch noch ein Ordnungsgeld angedroht vom Gericht. Das war jetzt irgendwie ganz süß. Also ich habe es nachher gelesen, ich habe mir die Entscheidung ausgedruckt, die haben ein Ordnungsgeld von 500 Euro gegen den Arbeitgeber verhängt, falls er wiederholt dagegen verstoßen würde oder gegen den Beschluss halt verstoßen sollte. Ja, das wäre ja noch recht glimpflich, dann war es wohl ein kleinerer Betrieb. Naja, aber klein viel macht auch Mist. Genau, auch das kann nervig sein und auch das kann ein Arbeitgeber am Ende dazu bewegen, sich daran zu halten. Ja, in diesem Sinne, liebe Betriebsratskolleginnen und Kolleginnen, wünschen wir Ihnen ganz, ganz viel Erfolg für Ihre weitere Betriebsratsarbeit. Lassen Sie sich nicht unterkriegen und haben Sie auch Spaß dabei und wir freuen uns, Sie weiterhin dabei begleiten zu dürfen. Bis bald, Ihre Franziska Ortado und Sandra Becker. Untertitelung des ZDF-Beskolleginnen und Jungen Untertitelung des ZDF, 2020